So, jetzt haben wir die Argento Apollo 2000 Rockets. Neun Stück mit einer Gesamt-NEM von 180 Gramm. Sie sind bereits im Raketenständer. Schauen wir mal. Eine muss ich leider weglegen. Da ist leider, wie man sieht, der Leitstab abgebrochen. Das ist mir zu gefährlich, die jetzt noch steigen zu lassen, damit wir noch einen neuen Leitstab dran machen. Aber alle anderen sind schon im Raketenstern. Dann geht es jetzt viel los mit den Argento. Jetzt bringt er den wieder auf. Ja, dieses Jahr kommen wahrscheinlich keine guten Videos bei uns. Dafür ist es einfach viel zu windig bei uns Silvester. Nicht, weil die Gasbrenner funktionieren würden. So, das ist Nummer 1. Ey, Hausbreite, meine Scheiße, halt. Wahnsinn. Unglaublich. Das ist echt super geil. Sterig hoch. Geil. Zweite Hinweise hat der Rückseite ein bisschen nachgelassen. Wunderschönes Blumen. Okay, guckt euch die Standzeit mal an. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, das kommt davon, wenn es zu windig ist. Eine haben wir aber noch. Schöner Silberschweif. Ja, wunderschöne Raketen.